Sie kommt in der Neufel... FIFA! Und ich werde ihn wieder spielen. Okay, also er denkt. Okay, ich schätze mal, ich werde jetzt alle rassieren. Nein, ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, ob was das eingestellt ist. Schwierigkeitskarte. Ich spiele das auch nur gelegentlich eigentlich. Okay, egal. Ist Team 1 nicht das eigentlich immer das Bessere? Ja. Du musst mit allen Spielern spielen. E17 hat sich hin. Abpassen ist auch wichtig. Ich glaube, ich muss meine Ding hochbringen. Das mit Sternchen bist du... Ich glaube, du musst den mit Sternchen ein... Natürlich. Beeindrucken. Mit dem Röschlichen nicht. Der wird einfach alles allein geben. Naja, würde ich nicht machen. Das ist ja auch Ego. Ey! Ich mache mich nicht langsam. 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 Die anderen einfach schlechter aussehen lassen. Das weiß ich, was ich vorhabe. Hallo, rennt da noch mal in die richtige. So, pass. Jetzt muss... Mein Mann, mein Mensch... Scheiße, du musst die anderen schlechter aussehen lassen. Nicht dich. Ich renne doch schon den Wechsel, wechsel, wechsel. Ja, aber dann sehen die anderen wieder gut aus. Ja, aber dann sehen die anderen wieder gut aus. So, und deck dich jetzt die Ego-Maß. Zisch durch. Oh, ja. Oh! Lass den Ball laufen aufschauen. Ich darf also nicht den Ball verlieren. Nuss. Es gibt Nuss. Herr, wo siehst du das? Ah, da reicht so. Du musst voll haben, oder? Ah, weil du. Es wird aber schwer. Es wird aber schwer. Es wird generell schwer, weil die anderen eigentlich... Steh jetzt auf! Hey, das krieg ich abzug, wenn der andere Typen Ball findet. Es wird so gut. Es wird so gut. Witzig. Lauf doch mit. So. Ok, also dieser Schub. 6,2. Jetzt geht er mal runter, wieder. Ich probiere hier mein Bestes. der ist doch einfach ein Tor schießen und fertig. Komm, gegen den Hunter. Jetzt renn, 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 renn. Der ist zu langsam. Dann pass ab. Ey, das muss doch ein Plus geben, wegen dem schönen Ball. Ja, guter Pass. Dann ist ein Schuss. Komm, wo die Heer. Das war nicht so glatt. Das ist ja wieder gut. Ey, kann man dann Tor schießen? Ich glaube nicht. Doch, ich glaube schon. Aber es wird schwer. Vor allem, weil Hunter 6,3. Bewertung hat. Ey, schuldig. Ich bin mir zwar sicher, dass ich ihn zuletzt berührt habe, aber ey. Diese Profis, die gehen scheiße ab. Abpassen. So, jetzt passen wir in die Mitte. Da muss der Dude laufen. Ey, Junge, und der soll Talent haben. Bin ja, ich besser. abpassen abpassen ich glaube du kannst du mit dem tor schießen klasse tor das hat meine bewährung einfach aus dem kommentieren du kannst du mit ihm tor schießen der handel das ist die schweiz jetzt die ihr könnt nach hause gehen ihr könnt nach hause gehen ihr habt ihr habt doch schon spiel als gäbe es kein morgen geben wir ihnen was sie verdienen zweifel ist sind die ich fühle mich gut das glück ist das glück ist auf unserer Seite heute hatten wir glück hoffentlich bleibt es so es geht nicht um glück sondern um können da demonstriert eben und jetzt schießen wir noch mal zwei tippe gut gemacht wir sind erster oder weiß ich nicht wo steht nun der 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 5 6 6 6 7 7 8 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11 10 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 11 10 10 10 11 11 11 11 11 11 Verdammt, Hunter! Was war das denn? Ach, du hast Videos über mich studiert. Äh... Talent ist Talen... Nein! Du musst cooler bleiben. Du musst cooler bleiben. Doch! Wieso? Es ist einfach so cooler bleiben. Nee, Digga, jetzt kürzlich! Nein! Auf die... Cooler bleiben. Nee, kaputt einschlagen. Das ist einziger Spaß noch. Ey, der Typ hat es nicht ernsthaft gebraucht. Unser eigener Tutor, die du behauptest. Nächstes testen wir eure Ballkontrolle. Der Ball soll sich schnell und äußerst weg. Hätte ich eine Felskern. Doch, Gott. Mit meinem Tut geht es nicht, dass du langsam. Ich bin ja noch Schino, oder? Komm, 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 komm. Plus! Ah! Ah! Bonuspunkte! Ja! Das war aber knapp. Easy! Lokral ist wie der Erster. Ah, das können halt alle nix. Meine ersten Flachpässe machen. Ihr passt den Ball so präzise wie möglich. Guck dir mal meine Pässe an! Respekt! Das ist ein 50er Pass. Ist es gut? Nein! Jetzt bist du irgendwie 99 oder sowas, schätze ich. So, ich bin schon besser als, es sein muss. 2 gegen 2. jetzt wird er letzte Chance und danach kommt wahrscheinlich die Verteidigung 2 gegen 200 pro. 100 pro. Och Gott. Komm schaff's. Oh Mann, bis weh viel. Darf man hier einfach schießen? Oh. Aber du musst Pässe machen. Du musst Pässe machen. Pässe zählt mehr. Guck. 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 Mehr Pässe. Nicht mehr so viel Zeit. Nicht mehr so viel Zeit. Oh oh. Oh oh. Ey, was macht denn der? Oh oh. Oh. Es ist doch. Es ist doch. Es ist doch. Es ist doch. Ich bin Boss. Hier ist er. Ups. Ich bin Boss. Und jetzt wahrscheinlich 2 gegen 2 ab, wenn ich sie jetzt kommen. Jetzt wird's ernst. Jetzt spielen 11 gegen 11. 11 gegen 11? Okay, kein Problem. Das war Super Hunter. Das überrascht mich nicht. Fußball scheint dir im Blut zu liegen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss mich konzentrieren. Viele Spieler sind hier gut. Eine solche Einstellung ist der erste Schritt zur Profilaufbahn. Guck. Ich hab cool. Und mich vielen Dank gemacht. Hm. Also, ich würd sagen, das war's dann wieder an der Stelle. Und tschüss. Tschüss. м Komm.